Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und tschau ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren beziehungsweise es geht um Achievements, dementsprechend auch einen kleinen Achievement Guide. Heute wollen wir uns dieses schicke Mount hier angucken und zwar schimpft sich das einmal Schattendämmer Traumsäbler und ja, das ist so eine, ja, lila eine Katze würde ich mal sagen, wir können auch mal das Mount Special angucken. Ja, bei den ganzen Katzenmounts ist es ja nichts Spezielles und ja, wo kriegen wir das her, das kriegen wir über ein Meta Achievement und zwar finden wir das einmal unter Dungeon und Schlachtzüge und dann haben wir das gleich in dem Hauptfenster drin und da haben wir das Meta Achievement Ruhm des Traum Schlachtzüglers und dafür müssen wir insgesamt neun Unterachievements erfüllen und das sind dementsprechend Erfolge bei den neun verschiedenen Bossen in Amirdrasil Hoffnung des Traums und soweit wir das abgeschlossen haben, gibt es einige Achievement Punkte und dementsprechend dann das Mount. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal in den Raid rein und gehen alle neun Erfolge einmal durch. Dann schauen wir uns den ersten Erfolg an und zwar haben wir hier einmal den Erfolg Fiese Wiese und für diesen müssen wir folgendes machen. Besiegt Knorrwurzel in Amirdrasil Hoffnung des Traums auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem acht harmlose Blüten angezündet wurden. Es ist ein relativ leichter Erfolg. Wir müssen während des Kampfes hier am Rand, also komplett am Rand dieser Plattform, Blüten anzünden. Und wie funktioniert das? Naja, wir müssen einmal in die zweite Phase kommen, beziehungsweise Übergangsphase. Da packt er dann hier seine Wurzeln aus und diese Wurzeln müssen wir normalerweise anzünden und dafür kriegen wir so Feuerkreise um uns rum und die verursachen halt Schaden und zünden die Wurzeln an. Jetzt müssen wir nach außen laufen. Ihr seht hier, es sind einige Spieler schon rumgelaufen und zünden halt einfach diese Blüten an und wenn ihr wie ich so ein Addon drauf habt, beziehungsweise einen im Raid, dann wird das auch schon angezeigt und ihr könnt dementsprechend dann ja auch tracken, ob ihr alle acht angezündet habt, beziehungsweise ihr könnt euch das Achievement auch theoretisch rausziehen. Gut, mehr ist es nicht, sobald ihr die acht angezündet habt, könnt ihr dann dementsprechend einfach den Boss runterhauen und das war es dann. Ihr seht, die Blüten auch hier hinten am Rand brennen, also da könnt ihr auch nochmal checken, ob die auch alle einmal angezündet wurden. Dann gibt es auch das Achievement und wir können weiter zum nächsten Boss. Dann kommen wir zum zweiten Erfolg und zwar haben wir hier das Achievement Qualfrei und für dieses müssen wir folgendes machen. Besiegt Igera im Amitrasil Hoffnung des Traums auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr die versenkten Kleintiere befreit habt. Und ja, dafür müssen wir insgesamt drei Kessel zerstören. Und diese drei Kessel befinden sich an bestimmten Spots und zwar zwei sind links, einmal hier und einmal hier und einer ist rechts. Wir gucken uns das jetzt auch gleich mal in der Aufnahme an. Also, wir beginnen den Kampf, am besten zieht ihr wie wir den Boss erstmal nach links rüber, denn da stehen zwei Kessel. Ihr seht die da stehen, diese Töpfe und die müssen wir zerstören. Und wie zerstören wir die? Naja, der Boss mag ein paar Spiele, auf die er Späne schmeißt und die haben dann so einen Kreis um sich rum. Da sind die schon, die laufen dann zu den Kesseln hin, hauen dann dementsprechend die Sperre auf die Kessel und damit können wir sie quasi zerstören. So, dann haben wir jetzt hier zwei zerstört und jetzt machen wir halt dasselbige nochmal auf der anderen Seite. Heißt, wir ziehen den Boss einmal quer über die Plattform rüber und zerstören dann noch den dritten Kessel und danach könnt ihr den Kampf ganz normal weiterspielen. Kleine Randinformation, ihr müsst natürlich trotzdem alle anderen Mechanics noch spielen und die Soaks auch mitnehmen, das solltet ihr am besten nicht vergessen. Das war bei uns dann zum Teil das Problem, dass ein paar Leute gestorben sind, aber prinzipiell mehr ist es nicht. Drei Kessel zerstören und danach haut ihr den Boss einfach ganz normal um und ja, mehr ist es nicht im Mechiefment und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Dann schauen wir uns den dritten Erfolg an und dieser schimpft sich einmal Flunker Champion und dafür müssen wir folgendes machen. Dann besiegt Volcaros im Amidrassil Hoffnung des Traums auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem er mindestens 30 Brodene Flunker verschluckt hat. Und ja, wir sind jetzt hier bei dem großen Wurm und das allererste sollte gesagt sein, bevor ihr das Ganze startet, macht ihr natürlich den Trash weg. Und dann, wenn ihr hier rauskommt, müsst ihr einmal nach rechts rumlaufen und zwar hier hinten, etwa hier, müsste ein Horn sein, das kann Einspieler anklicken. Dann müsst ihr halt hier am besten rausspringen, rumlaufen oder ihr guckt durch die Lava, müsst ihr selber wissen, aber ihr müsst einfach das Horn anklicken. Und sobald das Horn angeklickt ist, könnt ihr den Boss einmal pullen. Was macht das, wenn ihr das Horn anklickt? Naja, es ist so, dass dann hier dieser Frosch rauskommt, den kennen wir aus den ersten beiden Raids aus Dragonflight schon. Da gab es immer jeweils ein Achievement mit so einem Flunker, also einem Frosch. Und jetzt ist es so, dass solange der quasi hier rumhüpft, spawnen die ganze Zeit so kleine Flunker, die seht ihr hier. Und die visieren verschiedene Spieler an und laufen zu denen hin, Hitten, die glaube ich auch, macht jetzt aber nicht wirklich Schaden, wie ich das gesehen habe. Das Wichtige ist, diese Spieler, die von diesen Flunkern verfolgt sind, müssen am besten zum Tank laufen. Denn alle paar Sekunden macht der Boss einen großen Tank-Hit auf den Tank und damit verschluckt er auch diese Flunker. Und er muss insgesamt 30 Flunker quasi damit verschlingen und danach könnt ihr einfach den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, ihr teilt die Gruppe, wie ihr es sonst auch macht, in zwei Camps auf und wenn ihr merkt, okay, so ein Flunker verfolgt euch, lauft zum Tank und lasst ihn einmal soken. Wenn ihr nah genug dran steht, ist es tatsächlich so, dass der auch tatsächlich mehrere mit einmal quasi mit aufnehmen kann. Jutschi. Und sobald ihr dann insgesamt 30 habt, könnt ihr einfach den Boss umrödeln und ihr habt dann einfach euer Achievement erspielt. Dann kommen wir zum vierten Erfolg und zwar schimpft sich dieser, bis wir uns wieder reden. Und für diesen müssen wir folgendes machen. Bezwingt Laroda, Bewahrer der Flammen in Amir-Dressil, Hoffnung des Traums, auf den Fähigkeitsgrad normal oder höher mit am Ende gelöschter und lebendiger Ify. Und ja, dafür gibt es auch das Ify-Fiech-Eis-Haost hier. Und was müssen wir da jetzt genau machen? Wir müssen als erstes so ein kleines Reh-Kitz hochheilen und dann zum Kampf runterbringen. Wo befindet sich das? Also wir sind ja hier von dem Wurm gekommen. Wenn ihr hier runter springt, dann ist hier in dem Vorraum, hier an der Seite ist so ein kleines Reh in der Nähe von diesen Käfigen. Das heilen wir einmal hoch und müssen es dann nach unten begleiten in den Kampf rein. Ich zeige euch das jetzt mal schnell. Ihr seht, also da haben wir dieses kleine Reh, das wurde jetzt schon einmal hochgehalten, das könnt ihr theoretisch auch buffen. Und die Mechanik funktioniert tatsächlich genauso, wie bei diesen World-Quests, wo ihr diese Schafe irgendwo hinlocken müsst. Oder ich glaube, das sind von diesem Madhuk-Zentauren-Lager eine Daily-Quest. Und ihr seht hier, der Krieger, der Riak, der ist dieses Reh hier schon am rumscheuchen. Und wichtig ist halt, das funktioniert im Kampf genauso. Also wenn jemand hinläuft, dann läuft das halt in die andere Richtung weg. Und wir müssen das jetzt beschützen, während des Bosskampfes. Heißt, wir müssen es erstmal runter in den Bossraum bringen. Und sobald es unten ist, muss es auch an bestimmten Stellen stehen bleiben, um dementsprechend auch hochgehalten werden zu können und Stacks zu verlieren. Denn dieses Reh hat insgesamt 70 Stacks und die müssen erstmal runtergeglänzt werden. Am besten macht ihr es so wie wir und schaut, dass ihr einen Spieler für abstellt, der sich nur um das Reh kümmert. Und alle anderen halten sich einfach von dem Reh fern, sonst läuft das halt durch irgendwelche Void-Zones und das wollt ihr nicht. Ihr müsst A, das Reh einmal mitteilen und B, müsst ihr halt gucken, dass es nirgends reinläuft. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich kann euch empfehlen, dass es macht wie wir. Wir bringen das jetzt erstmal ganz in die Mitte. Da kommt nämlich so eine Safe Zone und da müssen wir das dann einfach ein bisschen beschützen. So, ihr seht, wir haben das Reh jetzt da in der Mitte. Und jetzt können wir einfach ganz normal auf den Boss starten und den runter DPSen. Und der eine Spieler bleibt wie gesagt einfach in der Mitte bei dem Reh und schaut, dass es da dementsprechend nicht rauskommt. Mit der Fähigkeit, wo ihr dann auch quasi hier ein bisschen löschen könnt, könnt ihr dann dementsprechend auch auf das Reh draufhauen. Und wie ihr seht hier in unserem Achievement Tracker verliert es dann so ein bisschen die Stacks. Und wir müssen das jetzt runterbringen auf quasi 0 Stacks und das nebenbei vollheilen. Zwischendrin haben wir auch noch eine Intermission. Und zwar, wenn der Boss nämlich auf 100% von seiner Ressource hochgeht, dann müssen wir das Reh auch in eine Zone reinbringen. Und zwar spawnt die jetzt hier gerade. Und ja, dann bringen wir quasi das von der Mitte, muss das wieder rüber gescheucht werden in diese Zone. Und da am besten auch gucken, dass ihr euch alle auf eine Seite von der Zone stellt. Und der Spieler, der sich quasi um das Reh kümmert, scheucht das quasi auf die andere Seite, dass das dann nicht versehentlich während der Intermission rausläuft. Hier seht ihr, da entfernt er gerade nochmal ein paar Stacks mit dieser Löschfähigkeit. Wir sind jetzt schon auf 20 runter. Das Reh steht hier safe drin. Am besten nicht, wie gerade hier einer drüber läuft, das am besten nicht machen. Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Sobald ihr diese Intermission quasi überlebt habt, könnt ihr dann die restlichen Stacks nochmal runterhauen. Scheucht das Reh am besten dann wieder in die Mitte. Und sobald das Reh keine Stacks mehr hat, könnt ihr ganz normal den Boss zu Ende spielen und dementsprechend den Boss töten. Dann kommen wir zum fünften Achievement. Und zwar schimpft sich das Entenparade. Und dafür müssen wir folgendes machen. Bezwingt den Rat der Träume in Amidrasil Hoffnung des Traums auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Unteroffizier Quarka dazu gebracht habt, sich der Sache anzuschließen. Und ja, es ist eigentlich eine relativ simple Sache, kann aber teilweise ein bisschen dauern. Und zwar, was müssen wir machen? Wir clearen erstmal ganz normal hier diese Area, wo der Boss kommt. Und dann schauen wir, dass wir uns etwa hier komplett mit dem Raid sammeln. Hier müsste eine Ente stehen. Ihr werdet das gleich in der Aufnahme sehen. Und die müssen wir einfach schaffen, dass die runterkommt. Das heißt, wir stacken mit einem kompletten Raid da. Und müssen dann gucken, ich kann es euch jetzt hier mal zeigen. Oh, warte, ich mache den Sound mal kurz aus. Dass wir hier stehen und wir müssen nämlich alle zu einer Ente verwandelt werden oder nahezu alle. Das heißt, wir stacken komplett. Und sobald wir zu einer Ente verwandelt wurden, klicken wir diesen Kollegen an. Und nach ein paar Versuchen, das hat bei uns auch ein bisschen gedauert, kommt er dann einfach runter. Also ihr müsst ihn einfach anklicken und möglichst viele Leute zu einer Ente verwandelt werden. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr den Kampf ganz normal weiterspielen. Also jetzt habt ihr quasi das Achievement schon erfüllt. Ihr müsst jetzt nur noch den Boss töten und einfach normal die Mechanik spielen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen tricky, wenn ihr alle zusammensteht und der Boss da reinchargt und Konsorten. Müsst ihr ein bisschen gucken, vielleicht ein paar CDs ziehen. Aber mehr ist es nicht. Und dann killt ihr halt einfach den Normal-Boss. Bei uns hat es zwei, drei Trials gedauert. Am Anfang wollte er sich irgendwie nicht verwandeln. Es gibt noch ein paar extra Tipps, die ich euch geben kann. Anscheinend ist es so, es dürfen sich keine Druids in irgendwelche Gestalten verwandeln, wenn der Kampf startet. Und auch während des Kampfes nicht, bis der runterkommt. Heißt, ich habe jetzt hier Katze spielen müssen. Ich darf nicht in die Katze gehen. Ein Bär darf nicht in den Bären gehen und so weiter. Eine Eule nicht in die Eule gestalt. Es ist anscheinend irgendwie ein Bug, dass du dann noch nicht vernünftig verwandelt werden kannst. Deswegen macht es einfach am Anfang nicht. Ihr braucht ja auch keinen Schaden theoretisch am Anfang machen. Bis die Ente quasi den Boden unter euren Füßen betreten hat. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten. Dann kommen wir jetzt zum sechsten Erfolg. Und zwar heißt das Achievement ein Traum in einem Traum. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Besiegt Numu, Weberin des Kreises im Amir-Dressil, Hoffnung des Traums, auf dem Ewigkeitsgrad normal oder höher. Nachdem ihr erfolgreich während des Schlafens fünf Traumprojektionen gesammelt und die manifestierten Monarchen bezwungen habt. Und ja, das ist eigentlich eine relativ simple Sache, wenn wir fünf Spieler haben, die das richtig machen. Wir müssen nämlich, wenn der Kampf losgeht, einmal Schlafen eingeben oder Sleep. Schlafen machen wir, also Slash-Schlafen oder Sleep. Das könnt ihr euch auf Makro packen. Und wenn ihr das nämlich hier in dem Raum macht, dann legt euer Körper sich nieder und ihr könnt mit eurem Geist quasi rumlaufen. Das kennt ihr vielleicht schon aus der quasi Zone außen um den Raid rum. Und da kann man ja so Schätze aufsammeln. Und hier ist es ähnlich. Wichtig ist, dass wir jetzt fünf Spieler haben, die an fünf verschiedenen Spots sich positionieren. Hier ist ein Spot. Hier, hier, hier und hier. Ihr dürft nicht über die Linien laufen, sonst kriegt ihr Schaden und das ist kontraproduktiv. Ich zeige euch das vielleicht auch nochmal in dem Bild. Hier haben wir das. Also hier der mittlere Spot. Hier der kleine. Hier ist nur ein bisschen größerer. Hier ist einer und hier ist einer. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an in der Aufnahme. Also, der Kampf beginnt. Ich gebe Sleep ein. Oder Slash-Schlafen, Slash-Sleep. Und dann kann ich hier aus meiner Gestalt raus und dementsprechend einmal diese Motte anklicken. Und die fliegt dann in der echten Welt rum. Und das müssen fünf Leute halt hinkriegen. Ihr seht, unser Add-on-Tracker hat jetzt hier schon zwei. Die anderen haben es leider verkackt. Und das Problem ist, sobald ihr Schaden kriegt, fliegt er nämlich aus diesem Traumding raus. Und wir haben die Problematik, dass kurz nach Start des Kampfes so Void-Zones spawnen und die pulsieren mit Damage. Die müssen dann weggesorgt werden und man kriegt durch viele andere Quellen auch Schaden. Also, ihr macht es euch wesentlich einfacher, wenn es am Anfang mit allen fünf direkt klappt, als dass ihr, wenn ihr das im Verlauf des Kampfes machen müsst. Ein kleiner Trick ist, falls es verkackt wurde, können zum Beispiel ein Paladin eine Bubble ziehen und das machen. Dann kriegt er zwar Schaden, aber ist immun. Das ist dann relativ egal. Und ja, jetzt müssen wir erstmal alle fünf aufsammeln. Dann können wir jetzt mal einen Ticken vorspringen. Und zwar hat das jetzt bei uns leider ein bisschen gedauert, bis wir alle geholt haben, weil wir ja, wie gesagt, dann hier Schaden kriegen. Und zwar hier schon die Intermission, wo wir uns in Bäumen mussten. Und ja, dann waren immer noch Spieler dabei und haben das aufgesammelt. Ihr seht, hier sind wir bei vier von fünf, fünf von fünf. Und jetzt ist es so, sobald man fünf von fünf hat, spawnt dementsprechend ein zusätzlicher Miniboss. Das ist diese Motte hier. Es ist nicht optimal, wenn der in der Baumphase spawnt. Also, tut euch einen Gefallen, wenn das vorher ist. Denn diese Motte, wie ihr hier seht, spawnt so kleine Kugeln und die nocken euch weg. Und bei mir war das relativ knapp, dass ich runtergeflogen bin. Während der Baumphase darf man ja auch nicht den Baum über diese Linien drüber ziehen und so. Also, im Optimalfall schafft ihr es am Anfang und könnt die Motte noch in der ersten Phase weghauen. Viel mehr kann die tatsächlich nicht. Die holt hier diese ganze Kugeln raus. Und ja, die hat aber auch nicht so viel Leben. Am besten zieht der HT, rötelt die um und dann könnt ihr den Bosskampf ganz normal fertig spielen. Dann kommen wir zum siebten Erfolg. Und dieser schimpft sich, haben wir das nicht schon mal gemacht? Und dafür müssen wir folgendes machen. Besiegt Glimmeron in einem Hidrissil Hoffnung des Traums auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr alle sechs Runen des Feuerlords übergossen habt. Und dafür müssen wir jetzt erst einmal am Anfang des Raids einen Buff holen. Am besten mit Minimum sechs Leuten. Es können theoretisch auch mehr holen. Und zwar in diesen Brunnen hier müsst ihr euch einmal reinbegeben. Ich habe das auch einmal mit aufgenommen. Also wir laufen quasi jetzt wieder an den Anfang. Sucht euch Minimum sechs Leute aus. Und die rennen jetzt einfach hier in dieses Wasser rein. Und sobald ihr nämlich da drin seid, ist es so, dass ihr oben einen Buff kriegt. Und der Buff hält insgesamt zehn Minuten lang. Und ja, mit denen können wir dann eine gewisse Rune aktivieren, beziehungsweise insgesamt sechs Runen. Und ja, ihr braucht halt wie gesagt sechs Leute, dass ihr das machen könnt. Wenn ihr das mit mehr Leuten macht, also noch ein bisschen Backup habt, schadet das nicht unbedingt. Sobald ihr dann den Boss pullt, dauert es ein paar Sekunden. Und zwar diese Runen seht ihr hier schon relativ gut. Das sind quasi diese hier. Die fangen dann auch an zu leuchten. Und am besten teilt ihr für jedes einen Spieler ein. Ihr seht, hier der erste Spieler steht schon in der Rune drin. Und er kriegt dann einen extra Button, den er kanalisieren muss. Und wenn er es durchkanalisiert hat, dann kriegt die komplette Gruppe schon ein bisschen Damage. Jetzt nicht extrem hoch, aber schon ein bisschen was. Und ihr haltet dann die Gruppe wieder hoch. Und dann geht der zweite Spieler rein. Ist jetzt hier hinten bei uns. Und castet auch so ein Ding. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, wenn ihr da natürlich irgendeine Fläche oder irgendeinen Effekt abkriegt. Ihr müsst halt ein bisschen stehen bleiben. Dementsprechend sollten die vielleicht auch präsiert werden zum Heilen. Genau. Dann haben wir jetzt das zweite. Und das macht ihr jetzt insgesamt mit allen sechs Stück. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr den Boss umhauen. Mehr ist es nicht. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, dass dementsprechend diese nicht gleichzeitig gewirkt werden. Weil sonst kriegt ihr halt zweimal oder dreimal so viel Schaden. Beziehungsweise ihr solltet halt auch gucken, dass die Runen nicht vollgeweutet werden. Dass ihr da noch hin könnt. Das war jetzt bei uns auch ein bisschen suboptimal. Aber ja. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr solltet ein bisschen gucken. Wenn ihr wie ich jetzt in die Lava gekickt werdet, wenn ihr halt sterbt, ist halt auch der Buff weg. Dementsprechend, ja, solltet ihr vielleicht auch den ein oder anderen Backup-Spieler haben, der das dann noch kalinisieren kann. Jutti, das war's soweit. Dann schauen wir einmal zum nächsten Boss. Dann kommen wir zum vorletzten Achievement. Und zwar schimpft sich das Welpen retten leicht gemacht. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Tindral raschweise in Amitra-Seel, Hoffnung des Traums, auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr mir sechs verwirrte Welpen gerettet habt. Und ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache, denn wir müssen schauen, dass wir hier oben bei diesem großen Baum in den Zwischenphasen, und davon haben wir ja zwei, wo wir einmal von Plattform zu Plattform fliegen müssen, diese Welpen dementsprechend einmal mitnehmen. Und das machen wir, indem wir durch die durchfliegen. Man kann die sogar am Anfang ins Target nehmen. Ihr seht, wenn wir hier, wir haben den Boss noch nicht gepullt, und da oben ist ein verwirrter Welpen. Wenn ihr Slash, Tar und dann verwirrter, oder verwirrter Welpen, könnt ihr es auch ausschreiben, eingebt, dann könnt ihr die damit targeten. Die hocken alle oben im Baum, und ihr müsst einfach nur durchfliegen in der Zwischenphase. So, wir haben jetzt gerade hier die erste Phase soweit durch, und können hier aufmauern. Und ihr seht, wir fliegen jetzt alle einfach zu dem Baum hoch, und halten da so ein bisschen Ausschau nach den Welpen. Wir wollten jetzt erst einmal einen Try machen, wo wir einfach die nur suchen. Bei uns hat es aber auch gleich First Try geklappt, ohne dass wir selber wussten, wo die ganzen Viecher genau sind. Ich kann euch jetzt leider nicht alle zeigen, aber zum Beispiel hier ist einer, da ist jetzt gerade einer durchgeflogen. Und sobald einer durchgeflogen ist, ist der quasi gesammelt. Und das macht ihr insgesamt mit sechs Welpen. Die sind oben auf dem, ja, Wipfeln von dem Baum. Und ihr habt zwei Chancen, einmal in der ersten Intermission, und dann nochmal in der zweiten. Und, naja, vielleicht solltet ihr im Gegensatz zu mir aufpassen, wo ihr hinfliegt. Ich wollte es hier für das Video nochmal zeigen, wo genau der Welpe war, aber das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Genau. Und wenn ihr dann nicht alle in der ersten Intermission gefunden habt, könnt ihr tatsächlich in der zweiten dann dementsprechend nochmal zum Baum fliegen und die restlichen holen. Und ja, sobald ihr alle eingetütet habt, könnt ihr dementsprechend den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht, und dann gucken wir weiter zum nächsten Erfolg. Gut, dann kommen wir zum letzten Erfolg. Und zwar schimpft sich das einmal Erinnerung an Teldrassil. Und dafür müssen wir folgendes machen. Besiegt Fürak den Lodernden in der Miserassil Hoffnung des Traums auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr sechs Erinnerungen an Teldrassil gesammelt habt. Und ja, bevor wir jetzt den Bosskampf starten können, brauchen wir erstmal ein paar Spieler, die dementsprechend einen Buff mitnehmen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes mal hier eine Übersicht, wo die Spots sind. Und zwar sind es insgesamt sechs Spots. Wenn ihr hier in den Raid reinkommt, hier links vor dem ersten Boss haben wir dementsprechend den ersten Spot. Dann nach dem ersten, beziehungsweise nach dem zweiten Boss haben wir links den zweiten und hier den dritten Spot. Wenn wir dann geradeaus durchgehen, ah ne, das war nicht geradeaus, das war rechts der Weg, pardon, also rechts durchgehen zu dem Council-Boss. Dann haben wir hier unten, seht ihr, da ist der vierte Spot hier am Rand dran. Dann der fünfte ist kurz vor dem Boss. Und nach dem Council-Bären-Boss da haben wir dementsprechend den sechsten hier oben. Das ist hier ein relativ schönes Bild, da sind alle Spots drauf. Und jetzt zeige ich euch, was ihr da genau anklicken müsst. Und zwar, ich habe auch einen von denen angeklickt. Ihr seht, ich habe den Spot genommen hier unten links. Und jetzt müssen wir nämlich so einen Welpen, äh, so einen Welpen, sag ich, so einen Irrwisch anklicken. Ihr seht, da ist der. Den klicken wir an. Und dann habe ich oben einen Buff drauf, der 60 Minuten lang hält. Wenn ihr nett seid, dann portet quasi diese sechs Leute, die Buffs holen, so wie es bei uns der Fall war. Und ja, ihr seht, da haben wir unsere sechs Leute, die haben diese Irrwisch-Buffs um sich rum. Und das ist jetzt erstmal der erste Step. Wenn ihr mit dem Buff sterbt, ihr müsst ihn nicht neu holen. Der bleibt drauf, den habt ihr 60 Minuten. Ihr könnt 60 Minuten jetzt quasi das Achievement tryen und müsst ihn dann neu holen. Sonderlich schwer ist es aber tatsächlich nicht. So, nachdem wir die Buffs geholt haben, können wir den Boss ganz normal pullen und die erste Phase runterspielen. Auch diese Kugeln in dieses Intermission quasi soaken. Und jetzt wird es interessant, ne? Also Fyrrack ist hier wieder in der zweiten Phase am Start und jetzt spawnen ja außen diese Geiste, die wir hochheilen müssen. Zusätzlich habt ihr jetzt gesehen, hier bei Gelb ist noch eine größere Elfin gespawnt. Die spawnen einzeln, die hat auch einen eigenen Namen. Und bei ihr ist es jetzt so, die müssen wir hochheilen. Und sobald sie hochgehalten ist, kriegt sie wie die anderen Mobs so eine Art Schild um sich rum. Und dann zählt die für das Achievement, ne? Und jetzt haben wir insgesamt sechs von den Viechern, die extra zusätzlich spawnen, die wir hochheilen müssen. Die ersten fünf sind relativ easy. Ihr seht, da hinten ist schon der nächste von denen gespawnt, ne? Also einer spawnt erst ganz rechts, dann spawnt einer ganz links. Also wenn wir jetzt quasi an den Rand gucken, ganz links. Und dann sind, glaube ich, zwei in der Mitte gespawnt. Und dann ging es wieder rechts-links, meine ich. Und ja, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Vor allem, das letzte von diesen Ads ist ein bisschen tricky, weil dann zeitgleich hier diese Welle an Mobs spawnen, ne? Und die verursachen ja auch unter anderem an diesen Ads-AE-Schaden. Heißt, die müsst ihr zum einen schnell töten, beziehungsweise im Optimalfall auch wegziehen, wenn ihr einen DK habt oder mit Eulen oder anderen Druids, die wegnocken. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt gesehen, da in der Mitte ist jetzt auch gerade nochmal ein Pack durchgelaufen. Diesmal ist quasi der Mob mit in dem Team mit drin gestanden. Also das kann auch sein. Und ja, da haben wir jetzt gerade schon den nächsten. Der spawnt auch nochmal in der Mitte. Die haben wir jetzt auch hochgehalten. Dann sind wir bei vier von sechs. Und ja, sobald ihr diese zweite Phase durch habt, könnt ihr dann einfach den Boss töten, wenn ihr denn alle sechs Ads geschafft habt. Wenn euch quasi eins verreckt, dann bleibt euch nichts anderes über als abzulegen. Dann müsst ihr den Kampf quasi neu spielen. Das war bei uns tatsächlich auch zweimal der Fall. Also da müsst ihr echt ein bisschen gucken, weil die doch relativ schnell down gehen. Gut, Nummer fünf ist jetzt auch durch. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, das letzte, also Nummer sechs, ist ein bisschen tricky. Jetzt kommt nämlich nochmal hier dieser Breath von Fyrac, wo er dann dementsprechend diese Elfen platziert. Und ein paar Spieler sind jetzt schon mal hintergelaufen zum letzten. Ihr seht auch, kurz bevor diese Ads spawnen, habt ihr dann auch so einen, ja, so einen Lichteffekt an der Stelle. Und hier haben wir den letzten. Und der ist uns jetzt den Trader 4 immer weggenippelt. Und da haben wir schnell die Ads gekillt, beziehungsweise die weggenockt. Und dann kann der auch einfach Folgehalt werden, durchlaufen. Und ja, mehr ist es dann tatsächlich nicht. Jetzt habt ihr alles erfüllt, was ihr dementsprechend braucht fürs Achievement. Wir spielen jetzt einfach den Boss noch ganz normal runter. Und dann haben wir auch dieses Achievement absolviert. und dementsprechend dann auch das Meta-Achievement. Gut, damit sind wir dann auch durch. Bei uns ploppt gerade das Achievement auf. Mounds gibt es auch. Mehr gibt es von meiner Seite aus nicht zu sagen. Mich hat es gefreut, dass wir dabei waren. Sollte noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in den Kommentaren. Ich gucke, dass ich alles beantworten kann. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.